Und ich war auch im Boot und ich habe gedacht, dass meine Familie sind mit mir im Boot. Aber ich war am anderen Seite von dem Meer, dort habe ich geschaut, dass meine Familie nicht. Und ich habe sie viel gesucht, aber ich habe sie nicht gefunden. Ich habe gewünscht, dass in der Schweiz die Leute mir helfen können, bei unserer Zukunft. Was können wir hier machen? Wir können lernen oder lernen dürfen oder arbeiten dürfen. Das habe ich gewünscht. Die können uns helfen. Ich denke, dass ich das schaffen muss. Wir sind Flüchtlinge hier und Asyl. Einige Leute sagen, dass wir nicht gut sprechen können. Wir können nicht zwei Worte Deutsch und wir schaffen das nicht. Aber ich habe, ich würde das sagen, dass wir, wir können auch, wir sind auch Menschen. Es ist kein Problem, dass wir Flüchtlinge sind, aber wir können auch. Darum muss ich das schaffen. Ja. Da, 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 da.